Hallo meine frugalen Freundinnen und Freunde. Heute zeige ich euch, wie ich noch mal was gratis bekommen habe. Und zwar zwei Packungen Lavera, Dusch und Pflege. Das habe ich bei Amazon bestellt. Und warum habe ich das gratis bekommen? Ich sammle ja mithilfe meines Microsofts Konto Punkte. Erstmal, wenn ich mich da einlogge und Suchvorgänge mache, durch die Nachrichten klicke, bekomme ich Punkte. Und die Punkte kann ich dann in unterschiedliche Gutscheine einlösen. Und dann nehme ich bevorzugt tatsächlich den Amazon Gutschein. Jetzt habe ich 10 Euro eingelöst. Ich habe auch noch ein Sparabo abgeschlossen bei Amazon. Da musste ich dann tatsächlich zwei Packungen bestellen. Das hält bei mir dann relativ lange. Ich habe jetzt ein halbes Jahr als Zeitraum genommen. Vielleicht kündige ich das auch direkt wieder. Das könnt ihr machen. So habe ich nochmal 5% Rabatt bekommen und habe 9 Euro und ich glaube 8 Cent für die beiden bezahlt. Mit dem Gutschein natürlich nichts. Ich habe noch die 92 Cent auf meinem Payback-Konto übrig als Gutschein und habe 20 Payback-Punkte mit der Payback-App auch noch bekommen. Ganz einfach könnt ihr machen, wenn ihr sowieso am Rechner sitzt oder am Handy, sammelt Punkte, lasst euch die Gutscheine auszahlen und bekommt wie ich Shampoo, Duschgel gratis. Ihr könnt das natürlich auch für alles andere verwenden. Aber ich nehme es tatsächlich meistens für irgendwelche Beauty-Beauty-Produkte. Dazu habe ich übrigens auch schon mal ein Video gemacht und auch mehrfach erzählt, dass ich Nagelfolien und ähnliche Sachen gratis bekommen habe. Naja, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns bei meinem nächsten Einkauf wieder. Bis dann!